In der funkelnden Welt der Astrologie, wo jedes Sternzeichen seine einzigartigen Eigenschaften hat, sticht eines besonders hervor, wenn es um Romantik geht. In diesem Video tauchen wir tief in die Eigenschaften dieses Zeichens ein, das als das romantischste des gesamten Tierkreises gilt. Bleib bis zum Ende dabei, um zu erfahren, um welches Sternzeichen es sich handelt. Dieses Sternzeichen ist das romantischste aller Sternzeichen. Unerschütterliche Hingabe Das romantischste Sternzeichen zeichnet sich durch eine unerschütterliche Hingabe aus. Diese tiefe Loyalität macht es zu einem Partner, der in guten wie in schlechten Zeiten fest an der Seite seines Gegenübers steht. Diese Hingabe ist nicht nur bewundernswert, sondern auch ein Kernaspekt ihrer romantischen Natur. Ein Herz voller Leidenschaft. Leidenschaft ist das Lebenselixier dieses Zeichens. In der Liebe zeigt sich dies durch tief empfundene Gefühle und eine starke Verbindung zu ihrem Partner. Diese Leidenschaft führt zu intensiven und unvergesslichen romantischen Gesten, die aus dem Herzen kommen und die Beziehung immer wieder aufs Neue entflammen. Sinn für das Poetische Ein ausgeprägter Sinn für das Poetische und Schöne kennzeichnet dieses Sternzeichen. Sie haben ein Auge für Ästhetik und bringen diese Liebe zur Schönheit in ihre romantischen Beziehungen ein. Sei es ein liebevoll verfasster Brief, ein selbst komponiertes Lied oder ein spontaner Tanz im Regen, Sie wissen, wie man magische Momente schafft. Einfühlsamkeit und Intuition Einfühlsamkeit und Intuition sind Schlüsselelemente in ihrer romantischen Ausdrucksweise. Sie haben die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Wünsche ihres Partners zu spüren und darauf einzugehen. Diese tiefe emotionale Intelligenz ermöglicht es ihnen, eine starke, empathische Bindung aufzubauen und die Romantik in der Beziehung aufrecht zu erhalten. Unvergleichliche Treue Treue ist ein weiteres Merkmal, das dieses Sternzeichen zu einem der romantischsten macht. Ihre Treue geht über die üblichen Erwartungen hinaus und schafft eine verlässliche und beständige Grundlage für eine liebevolle Beziehung. In einer Welt voller flüchtiger Begegnungen ist ihre Treue ein seltener und kostbarer Schatz. Das romantischste Sternzeichen im Tierkreis zeichnet sich durch Hingabe, Leidenschaft, einen Sinn für das Poetische, Einfühlsamkeit und außergewöhnliche Treue aus. Diese Eigenschaften machen es zu einem idealen Partner für jemanden, der sich nach einer tiefen, bedeutungsvollen und dauerhaften romantischen Beziehung sehnt. Ihre Fähigkeit, Liebe in all ihren Facetten zu leben und zu geben, macht sie wahrhaft einzigartig in der astrologischen Landschaft. Nun ist der Moment gekommen, die Identität des romantischsten Sternzeichens zu enthüllen. Es ist der Krebs. Wenn du selbst ein Krebs bist oder jemanden kennst, der dieses Zeichen trägt, teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren. Und wenn dieses Video inspirierend war, teile es mit Freunden und Familie. Vielleicht entdeckst du dabei gemeinsam neue Seiten der Romantik. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren faszinierenden Einblicke in die Welt der Astrologie zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Genieße die Liebe und die Sterne. Juni